Was uns aber wirklich gestört hat, ist einfach diese Arroganz und diese Überheblichkeit, mit der dieser Oberfalter den Sorgen und Ängsten der bäuerlichen Bevölkerung gegenüber tritt. Das tut man nicht. Mir ist schon klar, dass der Herr Klink sein Leben noch nie Existenzangst gehabt hat. Der Moment war eigentlich der berührende und emotionale, weil er nämlich recht hatte. Ich habe noch nie Existenzangst gehabt. Lieber Florian Klink, ich fordere Sie heraus. Steigen Sie aber vor Ihren Hoden raus in der Bobo Bubble in Wien und kämen Sie zu mir auf den höchstgelegenen Bauernhof der Steiermark und arbeiten Sie mit uns mit. Ich habe keine Ahnung von der bäuerlichen Gesellschaft und das hat mich ein bisschen geärgert. Und dann kommt ein Herr Hochwohlgeboren von Gottes Gnaden. Ich bin standesgemäß mit Rollenkoffer und weißen Schuhen, so wie du es gerne hast. Weißen Schuhe, die sind halt. Ja, die habe ich nur wegen dir. Wo die Schulden so angewachsen sind, wie hast du das erlebt? Man fängt an zu schweigen. Und der Christian, man kennt es nur, wenn seine Gesundheit so stark anfängt, leidend runter, dass du Bedenken kriegst. Die Bank gewinnt immer und die Bank ist in dem Fall auch nicht die Institution, die eine Verbesserung der Lage anstrebt, weil sie lebt ja davon, dass die Bauern in diese riesigen Ställe investieren. Ja, es ist eine Schweinerei, ist ein Buch, gell? Was blieb dir so in der Zeit, am Ende des Monats? Nix. Ich bin komplett ein Arsch. Ich muss es jetzt einfach so prägnant sagen, da im Fernsehen auch, dass es genau so ist. Mir ist auf einmal bewusst geworden, dass wir Städter über die soziale Lage der Leute am Land keine Ahnung haben. Was kriegt der Bauer für eine Stelze? Derzeit Schwein, Kilopreis 1,30 Euro oder so. 1,30 Euro? Das ist jetzt Hundfutter teurer, nicht? Angst macht dich fertig. Das ist dann irgendwann so schlimm, dass du denkst, Alter, ich schier's mich, ich halt's nicht mehrmals. Ich vergleiche das immer so mit den vielen Matrix. In der Matrix sind die Bauern, die halt am Stecker hängen, der über Subventionen mit Energie versorgt wird. Solange sie sich nicht bewegen, die Ketten um den Hals nicht spielen. Los! Was essen wir da jetzt? Das kann man ja aus Datenschutzgründen damit sagen. Das Schwein hat nicht alle Kugeln akzeptiert. Die Jags scheiß ich mir ja ein bissel an. Sind die gefährlich eigentlich? Das ist geil. Die Kuh hat nicht die Touristin attackiert, sondern den Hund. Die Kuh macht keinen Sesselkreis. Da gehen wir nicht Gesprächsbein zuwerfen, sondern da starbst du erst. Willkommen im Falter. Hast du jemals darüber nachgedacht, kein Fleisch mehr zu essen? Nein. Das ist jeder Tag eine Überraschung. Ja, wir auch. Wie macht man Zirbengelee? Das können wir ja sagen, aber dann müssen wir die Leute auch. Ja, da sind die Leute auch nicht wirklich gross an잖아요. Schönen wir. Das ist egal. Das ist egal.